Gleich stimmen wir hier über diese Frage ab, vorher aber, Herr Giegold, ganz kurz. Sie sind fürs Weiterzahlen. Was haben die Deutschen davon, wenn sie sich ihrer Meinung anschließen? Wenn wir den Griechen einfach den Geldhauen zudrehen, stürzen wir das Land ins Chaos. Das Land wird nicht mehr in der Lage sein, seine Schulden zu bedienen und gefährdet damit die Stabilität des Euros als Ganzen.